und heute spielen wir wieder, wie ihr hier sehen könnt, eine Runde Racer Clicker heißt das glaube ich, also wir müssen hier einfach irgendwie laufen, Top Speed ist bei mir 17, zusammen mit einem Kollegen aus der Schule, wie ich das spiele. So, jetzt müsste man dich aufhören. Ja. Ich muss mich mal kurz ein bisschen lauter machen, dass man dich aufhört. Der Drogen läuft viel leiser. So, okay. Wie lange rennt man hier eigentlich? Also ich glaube, es kommt darauf an, dass man, dass man hier so schnell, also da gibt es so glaube ich an, dass man hier an der Seite so wins, und dass man glaube ich komplett schnell werden kann. Also so siehst du, wenn du da rennst, wenn du so in dieser Dings da rennst, kann so richtig schnell, richtig schnell werden halt. Naja, weil ich kann gerade nur 17. Nur was, kannst du? Ich kann gerade nur 17 rennen. Ich kann, steht das da unten bei diesem Rad da? Oh, du hast es geschafft. Äh, ew. Ja, bei einem Rad steht das. Jetzt kann ich nur sichern. Ja. Ich hab nochmal hier, hier Free Pads, wo das denn ist. Ah, kann ich nicht erinnern. Wie kann man denn hier Musik aufhören? Wer ist schlau? Pads. Ah, aha, aha, aha. Aber wie kriegst du jetzt Geld? Oder weil ich selber nicht. Hier kann ich jetzt klicken. Naja, das mach ich auch gerade. So, dann klicken wir mal. Wo kann man jetzt hier rennen? Hier. Klick, 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 klick. Warte mal, hier kann man doch noch Pads holen. Boah, yo. Ah, aber warum, ja, ok, ok, ok. Jetzt verstehe ich so langsam. Weiß nicht, wer ich bin, aber ja. Ich auch nicht, da sind viel zu viele Leute. Also ich fahr gerade, äh, also Topspeed ist bei mir 104. Tops, bei mir 124. Hab dich überholt, glaub ich. Ja, ja, du bist hier gerade vor mir. Hä? Na, Isa, ja. Ah, jetzt hab ich eine Flagge. Aber was kann man mit dem Flang machen? Äh, ich glaub ich, da... Das muss ich mir eigentlich rausfinden, ne? Ich glaub, das sind sogar Wins. Weiß ich gar nicht. Ja, 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 das soll irgendwie so Wins heißen. Hm. Äh, aber... Aber wo kriegt man die Pads her? Ja. Die musst du, glaub ich, irgendwie am Spawn da kaufen. Ah, ok, ok. Kann man ja auch Autos holen? Hm, anscheinend. Ich glaub, ich glaub schon, ich glaub schon. Irgendwie nur mit, äh, Geld oder so. Oh, ey, guck mal, da unten in der Ecke neben Coats steht doch Chaos. Ja, ja, da hab ich ja grad drauf gedrückt, da steht irgendwie nur... Mh. Mh. 50 Sekunden noch. Ja, nur 50 Sekunden noch, gucken wir weiter hin. Ja, ich bin gleich beim zweiten Ziel, nein. Oh, was? Oh, was? Oh, was? Oh, was? Oh, was? Da sind wir, wir. Kann drehen. Ich drehe einfach während des Laufens. Direkt. Nein, ich seh dich nicht mehr, Digga. Ja, du bist schon über alle Bäre. Hähähähähäh. Zahle, geht's noch ein Sekund nach. Boah. Ja. Ja. Nein. Ich hab fast ein OP. Ah ne. Auch nicht. Ey, ich guck mal, ob ich ein Pad bekomme. Wie lange renne ich denn jetzt hier noch? Drei Sekunden noch. Okay. Eins. Und. Zu Ende. Ich mein, Stani tut das auch. Oh, hier wird mir sogar angezeigt. Ich werde auch auf den Eins. Kann ich nicht zahlen. Eins, okay. Ich bekomme jetzt Eins. Flammer. Wo kann man das holen? Hier, hier, wo ich stehe. Hier. Wird dir sogar angezeigt, wenn du genug Wins hast. Ich glaube, das braucht man. Ach, wenn man hier draufläuft, oder was? Aha. Für vier, fünf Wins da, glaube ich. Aber man braucht vier Wins, um ein Pad zu holen. Ah, okay. Ja, ja. Warte mal, jetzt kann ich hier drauf gehen. Oh. Ey. Ey, das ist richtig krass. Also man muss klicken, damit man schneller rennen kann. Ja, ja. Ey, ich hab mal dieses Pad, was ich bekommen hab, Digga, hatte einfach 200, äh, Schnelligkeit. Boah, nice. Boah, 141 kann ich jetzt rennen. Nice. Boah, ich kann 282. Boah. Boah, das ist mal ne Zeit, ne? Ja, wie schnell ich bin. Boah. Ich bin irgendwie immer noch am Anfang, leider. Boah, ich brauch noch einen Wind und dann kann ich mir auch ein Pad holen. Aber ich bin irgendwie nicht, nicht, nicht wirklich schnell, irgendwie sieht der unten so aus. Ja, man muss, ich weiß gar nicht, man muss so schnell drücken, wie man kann, anscheinend. Hm, meinst, wenn du mal ein Klicken musst? Ja, ja, also man muss ja klicken, wenn die Runde zu Ende ist und dann muss man da so ganz schnell irgendwie... Ja, das ist richtig cool, das kann so gut sein. Ey, ich tu einfach während des Renns einfach hier so ein Free-Rad drehen. Was komm ich, was komm ich? Einfach, das hab ich auch gerade gemacht. 2-A. 3-Pack. Play for which race world, which ocean world. Ah, dann kann ich hier so ein Pad. Okay. So, jetzt hab ich schon 6, 7 Wins. Warte, wie viel brauch ich noch mal? Ah, ich brauch noch einen Win und dann könnte ich mir zwei Pets holen. Junge, hier rennen wir so hart schnell durch, ne? Man sieht ihn ja gar nicht. Ich bin immer noch am Anfang, was denn das? Man kann sogar, äh, man kann ja rebirfen. Ah, aber da brauchst du erst 50k oder irgendwas. Äh, ich frag mich gerade, wie kann ich dieses, äh, dieses Ding da, was ich gerade hatte, äh, denn einsetzen? Boah, keine Ahnung, da fragst du mich was. Können wir jetzt mal kommen. Wir haben dieses Spiel noch nie gespielt, ne? Ich schaue das nicht ganz. Ich haue noch nie. Können wir hier in den Karten. Das kostet ein Warbucks, ne? Ja, gut. Ich hab genug Warbucks, ne? Das geholend, aber ich hol's mir nicht. Ah. Perfekt. Jo, wie schnell ich schon bin. Äh, jetzt zeigt er mir sogar an, dass ich mir hier im Pet kaufen soll. Äh, ich kaufe mir jetzt auch noch eins. Wir kaufen uns ein Pet und es ist Flamme. Oh ja. Ja, die hab ich auch. Ich hol mir jetzt noch eins. Oh, ich hab, ich hab, ich hab, ich hab eine blaue Flamme. Die ist schlechter sogar. Ja, man kann die sogar, äh, dann, ähm, also die, die macht mir jetzt, ah. Okay, ich schreck's. Also, durch diesen Pet hab ich jetzt 224, äh, Dings. Leute, ich geh jetzt grad so heftig auf diese Tasse da. Puh, oh, 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 Dings. Let's go, ich muss die 300 kmh knacken. Ey, ich bin jetzt schon bei 630. Naja, ich bin bei 350 gerade, weil ich hab halt nur ein Pet, leider. Guck mal meine, guck mal meine Pets an. Einfach schon drei. Miu. Guck mal, ich... Boah, man merkt aber schon den Unterschied, ne? Also, jo. Okay, jetzt ist es wirklich auch schnell. Er ist geil. Das ist echt... Ja, macht Spaß. Okay, jetzt kann ich mir gleich einen zweiten Pet holen. Nice. Den brauch ich nämlich. Bin ich nämlich ungefähr bei 600, äh, Dings. Schaff ich das noch? Doch, noch. Ey, ich klatsch die ganze Zeit hier an die Wände, Digga. Ja, dann klatsch ich auch mal gegen. Ja, das nervt voll, Digga. Ja, das ist nervig. Wow. Aber wenn man rennt, ne? Und dann so nach links lenkt. Junge. Das ist ja unnormal. Dann kommt denn jetzt hier mal der nächste Ding. Ich hab noch eine Minute. Ja, da vorne. Ich seh die drei, Leute. Ich seh die drei. Ich seh die vier. Okay, jetzt kann ich mir zwei neue Pets kaufen. Ich spare auf das 25, für die 25 Wins. Ja, könnte ich auch machen. Aber umso schneller, umso mehr du hast, umso schneller kriegst du ja, glaube ich, die, ne? Hm, die... Ich glaub schon. Ich glaube. Perfekt. Also einmal, ein Ding müsste ich eigentlich noch kriegen. Auf jeden Fall seh ich mich jetzt da unten links, bei dieser vier. Da bin ich krass. Ja, ich... Ich bin gleich mal, glaube ich, für 10. Ich seh aber jetzt erst die 5. Ah, ja, ja. Ja, ich seh jetzt auch gleich die 4, wenn ich nicht mehr so sehen. Boah, das wird knapp. Noch 10 Sekunden. Wow, wow, wow. Boah, das war gerade echt knapp. Okay, ich könnte mir jetzt drei neue holen und dann mach ich auch. 3, 2, 3, 2. Yo, ey, siehst du den, der so richtig schnell durchrast, ey. Ja, ne, die rasen an einem so hart vorbei. Komm, 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 komm. Oh, ich hab einen guten. Wie viel macht der? Oh, ne, der ist ja nicht gut. Der ist ja gar nicht gut. Ja, jetzt hab ich einen guten. Einen Toxic, oder wie man da heißt. Boah, 244. Boah, was? Yo. Dann dürfen wir klingen, Mann. Boah, was für, was für ein Pest. Ey, nice. Klick, 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 klick. Ich weiß nicht, ob man das hört, aber ich krieg grad so hart hier drauf. Komm, let's go. Ey, für die nächste Runde hab ich mir so ein Massagegerät geholt. Und dann werd ich jetzt gleich so durchziehen. Boah. Boah. Oh mein Gott. Ich kann ja gar nicht laufen, weil man immer gegen die Wand klatscht. Höchstgeschwindigkeit 807. Boah, ich hab ab 777. What? Hast du fast überholt? Ja. Wollten wir eigentlich noch ein Pad holen, aber ja, gut. Also hat der wunderbar von mir. Ich hole mir das, glaub ich, wenn ich's schaff nach der Runde. Ich hab jetzt schon 60 Wins. Also Pads und was kann man sich noch holen? Das andere hab ich mir noch gar nicht angeguckt, tatsächlich. Ich muss sich gleich nochmal gucken. Ich glaub aber auch Autos, weiß ich gar nicht. Autos kann man, glaub ich, irgendwie auch holen. Aber ich seh hier irgendwie... Ah, ich weiß, wie man das bekommt. Wenn man 750 Flagen hat, kann man hier sich so ein Skateboard holen. Wenn man was hat, 750 was? Äh, Flaggen. Also ich hab grad 12 und wenn du 750 Flaggen hast, kannst du dir das Auto da holen. Hm, geil. Ist auch nice. Aber man kann auf jeden Fall hier auch traden, aber man braucht dafür einen Rebo. Ja, ja, du kannst auch traden. Also du könnt jetzt auch mit dir... Wir sind beide einfach genau gleich. Ich bin sogar vor dir. What? Du bist vor mir? Ja, wir sind so beide gerade auf der 5. Ah, jo, jo, jo. Warte mal, ich guck mal hinter mir. Nee, sehe ich nicht. Ich seh dich. Moin. Jetzt bist du an mir vorbeigerutscht. Aber du hast halt eine höhere Top-Screen. Du hast 800 irgendwas. Ich hab 777. Äh, ja, 877. Aber du bist beide noch auf dem Fleck. Ich müsste noch eins durchkommen, weil ich brauch 25, ich hab 24. So unsilessverringend. Stimmt, ich brauch auch 25, ne? Also vielleicht schock mir das noch, aber ich glaube in 10 Sekunden nicht. Ja. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Schaff ich nicht. Nee, das schock mir. Ich seh das da schon. Nee. Ich auch. Nein. Jetzt fliegen wir raus. Ja. Du hast es noch gekriegt. Unfair. Hast du es noch gekriegt? Was ist das? Ich öffne so was mit Fett. Und, 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 und. Ah, Digga. Ich brauch noch einen blauen. Oh mein Gott. Ey, der hat 6, äh, 20, äh, 650. Boah. Ja. Ich hab jetzt von jedem. You don't have it. Hä? Er zeigt mir an, ich hab nicht genug Gewinn, aber hab 4. So, ich werd jetzt sowas von verklicken, Digga. Reingegangen. Oh mein Gott. Schummeln. Nee. Boah, das ist voll schlecht gewesen, was ich gemacht hab. Ey, ich hab, ich hab richtig geklickt, ne, mit diesem, mit diesem Massagegerät. Hab jetzt 1300. Boah. Ich benutze das Massagegerät davor. Ja. Ich könnte ja auch Autoclicker benutzen. Ich hab jetzt von jedem Pad zwei Stück. Ja. Wenn ich jetzt noch einen dritten, also wenn ich jetzt noch zwei, äh, ja, ich brauch jetzt nochmal dieselbe und dann kann ich die zusammencraften. Jo, man kann die zusammen. Also man braucht vier Stück insgesamt. So, ich öffne hier nochmal kurz die. So, ich hab jetzt drei Flammen, ey. Jo, die crafte ich hier zusammen. Boah, die machen mir jetzt 250. Nein, ich hab nicht genau 25, es steht da nur aufgerundet, ey. Weg mit dir. Weg mit dir. Mach ich schon mal bereit zum Klicken. Ich geh mal kurz etwas weiter weg, damit ich nicht, äh, so laut bin. Man hört das sogar. Man hört, wie du das da drückst. Ey, wie du das da drauf hast. Ey, Shad. Ey, Leute. Für die nächste, für die nächste, für das nächste Video, mach ich definitiv Autoklicker. Boah, ey, 2000. Ich bin 2000 schnell, Junge. Also hätte ich, nach dem Video, spielen wir definitiv das Spiel noch weiter. Ja, ja, das müssen wir machen. Ja. Wieso? Ey. X-Files. Wieso? 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 Wieso?